herzlich willkommen in unserem dritten friends quiz ich freue mich riesig ich darf wieder moderieren mit den genialen moderationskarten von alexander kurth ich weiß nicht, da könnt ihr ein geschäft draus machen, wie schön er das gestaltet und macht ja das sollte man irgendwie günter ja auch fragen oder so ob er moderationskarten noch braucht ja wäre doch ein geschäftsmodell kurth karts.de kurth karts.de da hast du schon marketingmäßig die kurth karts für jeden showmaster zu den kunden zählen und dann kommen sie alle der jauche wir haben wieder zehn fragen und das erste quiz haben wir schon vor längerer zeit aufgenommen hat die lisa alles rasiert was ging das war glaube ich das best beantwortet ist der quiz was wir bisher auch hier auch das zweite quiz hat er paddy gewonnen und jetzt geht es in die dritte runde und wir sind gespannt wer jetzt die nase vorn haben wird mai krüger frei nach mai krüger nase vorn an den nase vorn war frank elstner ja frei nach frank elstner ja ich es war so schnell ich war so schnell weil nase ich denke dann an ihn und habe ich aber nee das war ja der elstner willi war der krüger willi ja klar und punkt punkt war eine kurzlebige sendung auf sat 1 die ich auch nicht kannte bis zum spiel auf welcher punkt punkt so können ich gar nicht kenne kann ich kann ich auch nicht aber hat er gemacht also dann starte ich mit der ersten frage wann feierte friends seine premiere in den usa antwort a 1994 antwort b 1992 antwort c 1990 oder antwort d 1989 wieso geht das denn hier nicht raus bin ich bekloppt der anderen seite darum ist doch die spitze naja das ist ja das ist ja oben nach unten kommt bitteschön der steckt aber wirklich sehr tief drin das ist natürlich extrem einfach ja ja die antworten sind 94 92 90 oder 1989 was hast du ja klar viel neu das gibt für jeden einen punkt ich habe gelesen ich weiß nicht ob ich das schon mal in irgendeinem friends quiz erzählt aber ich habe gelesen dass sie als der cast stand und alle leute am start waren haben die eine reise nach vegas gemacht um eine party reise damit die leute zusammengeschweißt werden das finde ich eine geile sache das war dann anscheinend 93 nehme ich an ungefähr team building genau genau und wie cool also wenn man sich das heute vorstellt man ist dann zufällig da als turi und dann trifft man die man denkt sich nichts dabei man merkt es sich eventuell und dann guckt man ein paar jahre später fernsehen und dauert ja dann immer bis das nach deutschland kommt und das ist verrückt so was gern aber man müsste die leute ja schon kennen ja man ja oder ja es waren ja die monika war ja schon bekannt zum beispiel der joey hat ja auch bei einer schrecklich nette familie mal der irgendwie mit gespielt wo el bandi wo er irgendwie von der kelly der freund war und el bandi nimmt ihn noch ich zahl das ist unser treppen geländer und so ich glaube das ist er der wo el bandi ich glaube er ist das ja sehr cool bonusfrage in welchem monat ach man also wenn ich jetzt mal so neues serien starten ja eigentlich immer im herbst deswegen sage ich september die fernse intention war auch september aber irgendwie bin ich jetzt auf april wer weiß ob das damit ich weiß nicht eins von beiden ist richtig wirklich geil ein glück weil das ist so die druck gibt es einen punkt was keine power fragen nein gut trotzdem frage nummer zwei wieder einmal steht thanksgiving an und die freunde feiern gemeinsam man erinnert sich an vergangene feste welches serienereignis hat sich wirklich zugetragen a phoebe hat ein truthan essen date mit einem mann der als wahrsager in ihren baldigen der als wahrsager ihren baldigen tod voraussieht b joey muss einen truthan füllen findet darin eine baby truthan und ekelt sich seitdem vor den vögeln c ross fährt thanksgiving ein kapuzineräffchen an und nimmt es bei sich auf oder d chandler wirkt da wird ein stück c abgetrennt und monika bringt aus der seen ein stück möhre mit ins krankenhaus eine von diesen sachen hat sich zugetragen ja also a phoebe hat ein truthan essen date mit einem mann der sie als wahrsager herausstellt und ihren baldigen tod voraussieht b joey muss einen truthan füllen findet darin ein baby truthan und ekelt sich seitdem vor den vögeln c ross fährt den thanksgiving ein kapuzineräffchen an und nimmt es bei sich auf oder d chandler wird ein stück c abgetrennt und monika bringt aus der seen ein stück möhre mit ins krankenhaus das war das erste noch nicht viel wie trudern essen wahrsager tot also denn das ist was ich bin jetzt wahrscheinlich in die falle getappt weil das mit dem mit dem äffchen war ja aber es war aus einem anderen grunde ich habe aber auch genommen weil das das einzige ist was ich kenne was wirklich weil ich konnte mich auch in alles erinnern außer an a ok aber ich habe auch überlegt vielleicht war das mit joey nicht richtig also b joey truthan füllen ist falsch c ross affe ist falsch ist es a oder d und richtig ist weil die stunde wie du es war ja ungekehrt hinterfinde weil es sollte stimmen dass welches erinnereignis hat sich wirklich zugetragen dass die frage falsch interpretiert weil du hast ja gerade wenn du wollen weil ich an drei sachen erinnern jetzt wirklich schändler wird ein stück sie abgetrennen monika präger habe ich aber jetzt falsch gemacht wird ins krankenhaus ich habe gedacht welches sich nicht zugetragen hat welche dann konntest du auch keine drei erkennen die die sich zugetragen haben dass er das bisher auch wieder komisch ich muss streng in den regeln der fehler liegt klar bei dir ich habe ordentlich vorgelesen alles klar aber du hast eigentlich nicht gedacht frage nummer drei du bist ja doch falsch gedacht ja ja sie hat die frage war ja aber hätte dann dem rahmen richtig so meinte ich das ja aber wo sengs gewinnen aus was besteht rachels legendäre süß speisenunfall englisch triffel 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 a käse käse noch mehr sahne und muffins b marmelade vanillecreme sahne hackfleisch erbsen c bier vanilleeis leber preiselbeeren oder d innereien gebracht gebrannte nüsse rosinen und kartoffeln du weißt es natürlich du erinnerst sich dran ich nicht war es auch aus dem bauch ab weil sie hat ein kochbuch war eine seite auf ausgerissen und deswegen hat sie zwei rezepte miteinander kombiniert ja 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 das klick ich erinnere mich echt dran ich erinnere mich gerade wirklich dann aber vielleicht nicht gemerkt derzeit nicht gemerkt ist richtig gegeben habe ich gegeben habe ich und es gibt eine bonusfrage apropos apropos thanksgiving lustig wieso markt schendler keine thanksgiving dinner aber es gibt einen tipp also es hat was auf jeden fall naja das sagt nichts ich habe ja die sagt mal den tipps sein vater todestag von dessen an dem tag gestehen der ist ja nicht aber du warst auch nicht genau naja also du sagst todestag vom vater ja bald wenn das vater ist ja nicht wirklich auch der monikas vater ist aufgetaucht in der staffel 9 zu haben auch vorher natürlich also sein vater ist ja also ich bin mir nicht mehr richtig sicher aber ich glaube sein vater ist transsexuell und ich glaube dass er halt nie zu hause war und es immer stress gab weil er quasi so also es hatte so mit der trennung der eltern zu tun und er war halt nicht zu hause irgendwie oder er musste das mit sein mit mit dem vater und sein vielleicht war er auch ich glaube der war nicht transsexuell sondern so so eine drag queen so travestie künstler mäßig und da musste ich dann irgendwie mit dem mit den freunden von ihm abhängen und war da irgendwie halt einfach in einem komischen milieu gekregen an thanksgiving das ist deine antwort bei so einem dinner kam heraus dass sein vater was mit dem pool ball hatte Also es geht in eine ähnliche Richtung. Es ist nah dran, aber nicht ganz richtig. Dafür gibt es jetzt eine Powerfrage. Getoppelte Punktzahl. Oder? Ja. Wir sind bei Frage 4. Warum wurden im Laufe der Serie die Apartmentnummern der beiden Wohnungen geändert? A. Die Kulissen mussten renoviert werden. Man vertauschte versehentlich die Türen und beließ es als Running Gag dabei. B. Die alten Nummern hatten ein Witzbold ins Drehbuch geschmuggelt und waren satanistisch belastet. C. Die Nummern passten nicht zu den angeblichen Stockwerken der Wohnungen. Oder D. Man wollte schlicht ergreifend das aufstrebende Internet benutzen und für Diskussionsstoff unter Fans sorgen. Warum wurden die Apartmentnummern der beiden Wohnungen geändert? Die Kulissen wurden renoviert und versehentlich wurde es getauscht. Das blieb einfach dabei. B. Witzbold hat es ins Drehbuch geschmuggelt, aber das war satanistisch belastet. Das ist ja für Quatsch. C. Die Nummern passen nicht zu den angeblichen Stockwerken. Habt ihr was? Ich habe A einfach mal genommen. Ich habe D. A. Kulissen mussten renoviert werden und du hast... D. Das ist Internetrat. Internet, Diskussionsstoff. Und richtig ist C. Die Nummern passten nicht zu den angeblichen Stockwerken der Wohnungen. Aber ist ja eigentlich auch egal, oder? Ja, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht von meinem Auge. Also viel auffälliger, wenn man es dann plötzlich umändert. Es fiel den Machern viel zu spät auf, dass so niedrige Nummern niemals zu den höheren Stockwerken passen konnten. Monika Nummer 5 zu 20 und Chandler, Joey Nummer 4 zu 19. Es bleibt bei 2 zu 2. Dass man das noch geändert hat, ist doch bestimmt. Oder zuschauen, es ist aufgefallen oder haben die draufgebracht. Aber andere sagen, sie denken über sowas. Das ist strange, gell? Also Nummer 5. Bei Phoebe setzen die Wehen ein und die Freunde bringen sie ins Krankenhaus. Joey leidet scheinbar besonders mit, aber das hat in Wahrheit einen ganz anderen Grund. Das weißt du. Weißt du das auch? A. Blinddarmentzündung, B. Depressionen, C. Sehnenriss, D. Nierensteine. Ich sage Nierensteine. Hätte ich auch gesagt. Und das ist lange her, dass ich das geguckt habe. Hast du schon die... Ne, hab ich noch nicht gesagt. Und ich weiß nicht mehr so viel. Ich merke, ich bin überhaupt nicht mehr in das Säden. Dierensteine. Geil, geil. 3 zu 3. Und dafür gilt es noch eine Bonusfrage. Bonus, Bonus. Wer steht Joey bei seiner Behandlung zur Seite? Boah, Mann. Bis lang her? Also ist einer der Hauptcastleute oder wie oder was? Oder ist das jemand ganz... Vielleicht der Hausmeister? Ich meine, Joey und Chandler sind ja... Die Kumpels und und. Aber ist es, ist Chandler, ist es echt Chandler? Das ist die Frage. Wer, ich meine... Aber vielleicht ist es ja auch irgendein ganz anderer. Einer aus dem Nebencast oder so. Ja, ich nehme Chandler, aber es ist natürlich... Das kann ja nicht stimmen. Ich nehme einfach Chandler. Ich kenne mich als... Ich habe noch gar nichts. Ja. Ich glaube, es war niemand vom Hauptcastleute, mir fällt keine andere Person ein. Ich würde mir noch am ehesten vorstellen. Dieser komische Nachbar, der ab und zu mal auftaucht vielleicht. 6. 4. Einer aus dem... Ich kann nicht denken. Okay, gleich ein paar Sachen. Ross. Du sagst Ross? Ja. Das ist Ross. Boah, hast du... Aber du hast doch gerade gesagt, dass du nicht glaubst. Aber aus dem Hauptcast. Ja, aber mir ist dann eingefallen, es ist dann so ein bisschen... Ich hatte die Karten zu. Ja, nee, das ist klar. Aber geil, stark, stark. Komik ist irgendwie quasi, dass die... Also ich weiß, in diesem Krankenhaus haben Chandler und Monica gerade ihr eigenes Ding, weil die so ein bisschen ihre Beziehung besprechen. Deswegen waren die für mich raus. Ist das dann Staffel 8 oder so wahrscheinlich? Dann kam nur noch... Ja. Dann kam nur noch Rachel und Ross in Frage. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass, glaube ich, die Komik war, dass es wie so eine Geburt auch war. Ja, ja, klar. Presst war sie heraus. Und dass es dann halt so mit Ross natürlich lustiger ist. Muss ja unglaublich schmerzhaft sein. Deswegen immer genug trinken, weil Nierensteine sind kein Spaß. Frage Nummer 6. Die Mädels verbrennen ihre Liebesbriefe, um die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Was passiert dann? A. Die Feuerwehr rückt an und die Jungs rücken ihre Nummern heraus. B. Sie versuchen, den Papierkorb zu löschen und richten dabei eine Verwüstung an. C. Die Briefe brennen kaum. Sie versuchen es mit Brandy. Danach brennen die Vorhänge. D. Phoebe kann es dann doch nicht und fischt ihre halb verkorkelten Briefe wieder heraus. A. Wäre ziemlich, wäre drehbuchmäßig ziemlich cool. So vom, vom, du, hast du es noch in Erinnerung? Ne, ich habe aber jetzt was anderes gesagt. Also ich nehme, ich nehme D, aber A wäre irgendwie cool als Drehbuchautor. Ja, ich habe D. Weil Cibi könnte, das ist tatsächlich. A. A. Okay. Die Feuerwehr rückt an und die Jungs rücken ihre Nummern heraus. Geil, geil, schön. Aber warum die Nummern heraus? Die sind auch eine Zeit lang mit denen zusammen, fällt mir gerade auf. Ja, okay, okay. Also Monika und Rachel daten beide, glaube ich, einen von diesen Feuerwehrmännern. Ach so, die Jungs von der Feuerwehr rücken die Nummern heraus. Ah. Ja, ja, das habe ich aber auch so verstanden. Wie viele Fragen kommen denn jetzt? Bonusfrage von Nummer 6. Ah ja, okay. Welcher der Freunde war es, der mal versehentlich ein Holzbein ins Feuer warf? Holzbein Kiel? Das war es schon, das ist die Bonusfrage. Mhm. Jetzt ist es ja eh schon angeleckt. Ja, eklig. Es ist doch schon eklig. Kind, lass dich alles in den Mund stecken. Ja. Ich hätte dann noch eine andere Idee. Ja und? Also welcher der Freunde weiß, der mal versehentlich ein Holzbein ins Feuer warf? Hat jemand was oder habt ihr beide was? Du hast schon was. Phoebe. Du weißt es? Phoebe. Ich sag Joey. Ja, Joey ist richtig. Oh Mann! Muss ich niesen? Muss ich niesen? Ich glaube es. Alter! Geil! So. Lehn dich bitte einfach nur an. Es ist hinter dir hinweg gespritzelt. Josef Sprezel oder was? Du hast einen Punkt gegeben? Ja. Lisa führt mit 5 zu 3. Wunderbar. Frage 7 ist eine Powerfrage. Wie lautet der Name von Joes imaginären Freund in seiner Kindheit? A. Claude B. Little Joey C. Maurice oder D. Louis Claude, Little Joey, Maurice oder Louis L. Louis? Ja, Patti weiß es auch nicht. Ich hab auch, weil irgendwie der Name, ich weiß ja, ob ich ein Bilde sage. Aber ich tage es überhaupt nicht. Entschuldigung wäre es nicht gewesen. Luis ist es nicht. Claude ist es auch nicht. Das ist Maurice gewesen. Cool. Ne Quatsch. Claude ist auch nicht dich. Ja, ihr habt beide Claude. Genau, alles klar. Bonusfrage. Das war gerade eine Powerfrage, aber keiner hat richtig. Jetzt Bonusfrage. Woran bedient sich Joey mit Vorliebe? Ja, zwei Punkte. Die Bonusfrage? Bei der Powerfrage, ja. Ach, wenn die Powerfrage ist und dann die Bonusfrage kommt, gibt es die Bonusfrage auch zwei Punkte. Ja, genau. So hatten wir es eben gemacht. Woran bedient sich Joey mit Vorliebe in Monikas Wohnung? Ja, das solltet ihr doch hinkriegen, wa? Kühlschrank essen? Ja. Würde ich jetzt so sagen. Also hier steht er im Kühlschrank, aber sie hat jetzt Essen geschickt. Ja, ja, ja. Gut, lassen wir es. Also haben wir alle beide zwei Punkte. Mehr auf unserem Kontoleinchen. Weil im Kühlschrank ist ja das Essen, von daher. Frage 8. Rachel wurde in Paris für welche berühmte Marke ein Shop angeboten? A. Oh Gott. Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent. B. Chanel. Ja, das kriege ich noch aus der Werbung. C. Dion. Habe ich es richtig ausgesprochen? Und D. Louis Vuitton. Louis Vuitton. Also Rachel wurde in Paris für welche berühmte Marke ein Shop angeboten? A. Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent. Hast du was? Du auch? Ja. Ich habe A. Du auch? Ich habe Louis Vuitton. Louis Vuitton ist richtig. Oh, Lisa zieht davon. Da raucht sie davon, genau. Sie zieht davon. Dann sind wir bei der Frage 9. Oh, 9. Und? Sowohl bei 9 als auch bei 10 gibt es noch Bonusfragen. Kannst du noch ausgleichen? Ja, da ist noch was drin. Da ist noch was drin. Also Frage 9. Auf welche drei Dinge ist Ross allergisch? Jede richtige Antwort gibt einen Punkt. Das kommt auch noch dazu. Moment, ich weiß nicht, ist das schon die Antwort oder? Ah ne, okay. Ich lese ein paar vor und drei sind richtig. Und jetzt sagt drei. Schalentiere, Muskatnuss, Kiwi, Erdnüsse, Ananas, Limabohnen, Weißfisch. Schalentiere, Muskatnuss, Kiwi, Erdnüsse, Ananas, Limabohnen, Weißfisch. Muskatnuss, Kiwi, Erdnüsse, Ananas, Limabohnen, Weißfisch. Ich störe die Konzentration der Lisa. Also ich bin mir ganz unschlüssig. Ich meine eine Sache zu wissen. Ich habe auch einfach drei ausgewählt. Aber es kann auch sein, dass das jemand anderes ist. Also die Auswahl war Schalentiere, Muskatnuss, Kiwi, Erdnüsse, Ananas, Limabohnen und Weißfisch. Ich habe Schalentiere, Erdnüsse und Ananas. Ich habe Schalentiere, Erdnuss und Muskatnuss. Wobei, ja. Also es gibt pro richtige Antwort einen Punkt. Schalentiere habt ihr beide. Jeweils einen Punkt könnt ihr euch schon mal geben. Erdnüsse hat glaube ich nur Patty. Haben wir beide. Sehr gut. Aber ist auch der Klassiker irgendwie. Ja, voll, voll. Und der Spence von King of Queens, auch Erdnuss. Kiwi hat keiner, glaube ich. Also, jeder zwei Punkte. Jeder zwei Punkte. Und es kommt noch eine Bonusfrage. Wir freuen uns. Wir sind gespannt. Wir spitzen die Ohren. Wie viel Gage bekamen die sechs Hauptdarsteller? Jeweils während der letzten Staffel pro Folge. Das wüsste ich glaube ich sogar auswendig. Boah. Oh ne, das wüsste ich nicht. Ist das eine Schätzfrage, wer näher dran ist? Ja, Schätzfrage. Ich habe jeweils während der letzten Staffel pro Folge. Was? War Carsten? Ich habe, ich weiß, ich kann das gar nicht einschätzen. Ich habe 120.000. Eine Million. Pro Folge. Pro Folge. Eine Million. What? Wir sagen ja, wer nicht dran ist, oder? Das meine ich gelesen zu haben. Also mit der Million pro Folge habe ich auch im Kopf gehabt. Alter. Aber es sind tatsächlich zwei bis drei Millionen pro Folge. Pro Folge? Für eine in einer Staffel. Mit dem Geld hast du immer ein bisschen so Probleme, das einzuordnen. Millionen. Wir hatten ja schon mal in einem anderen Quiz auch schon so eine Sache. Das ist ja Wahnsinn. Aber das ist ja eine Weltserie gewesen. Die haben ja weltweit. Aber zwei bis drei Millionen. Das heißt, bei 20 Folgen, da haben die 60 Millionen Euro für eine Staffel. Und es gab ja noch neun andere Staffeln. Ja, ja. Logisch. Alter, die haben ja mehrere hundert Millionen auf der Bahn. Und ich wundere mich dann immer. Ich denke dann so, ich bin die arme Lisa Kudrow. Ja, keine Rolle mehr. Die hat danach nichts mehr gemacht. Die brauche ich auch nicht. Ja, ne. Alter, die kann machen, worauf sie Bock hat. Mhm. So ist es. Mehr als ein 6M Lotto. Mehr als das. Mehr als das. Junge, das ist ja wirklich krass. Krass. Wahnsinn, gell? Krass. Krass, die der Clown. Krass, die der Clown. Krass, die der Clown. Du kriegst einen Punkt fertig. Krass. Oh, immerhin ein Punktchen. Genau. Bonusfrage normal ist nur ein Punkt. Dann haben wir jetzt noch die zehnte Frage. 20.000. Die zehnte Frage und dann noch eine Bonusfrage. Frage Patti kann noch ausgleichen. So großartig. Frage 10. Franz bekam nach ihrem Ende einen Ableger. Och, das weiß man. Wie heißt er? A, Joey. B, Monica. C, Rachel. D, Chandler. Oder E, Patti. Ich habe die sehr gerne angeschaut. Ich war auch verknallt in die Hauptdarstellerin Joey natürlich und habe mir das auf Englisch angeguckt damals. Im Jahr 2004 kam das schon. Oder 5 war es glaube ich. Und die beiden sind ja zusammengekommen Joey. Also der echte Schauspieler hat die Schauspielerin geheiratet. Die andere Hauptdarstellerin von, und die war auch so süß. Oh, so süß. Ich habe das nicht geschaut, aber ich hatte es auch richtig. Hart verknallt in die. Wirklich. Ganz süß. Unglaublich. Wie heißt die, kennt man die? Ne, ne, ne. Die haben auf jeden Fall ein behindertes Kind bekommen. Warum? Das habe ich noch gelesen. Das ist ganz traurig. Ja. Als Abschluss noch eine Bonusfrage. Aber Lisa hat auf jeden Fall gewonnen. Patti kann es nicht mehr einholen. Bonusfrage. Wie lange lief diese Serie? Also wie viele Staffeln? Mhm. Weißt du es? Weiß ich nicht. Ich weiß. Dann rate mal. Eine Million. Raten kannst du ja. Wie wärs denn mit 120? Wie eben die 120? Ja, ich weiß. Ich weiß. Es war kein Erfolg. Äh. Hast du schon was geschrieben? Naja, aber ich sag es, aber ich kann es ja auch schreiben. Du sag es? Zwei Staffeln. Lisa ist bei acht Staffeln. Ach so, ich habe Friends gedacht. Nein, es ging ja noch um den Ableger. Ach so. Oh fuck. Was hättest du da gesagt? Aber er hat ja die ganze Zeit erklärt. Ich hab auch keine Erfolg. Das war nicht erfolgreich und so hast du das nicht. Ja, ich dachte so. Ach. Der labert wieder um Schein. Sie denkt immer noch über zwei bis drei Millionen nach. Aber ich habe ja wirklich eine Menge gesagt dazu. Also das ähm. Ja. Aber was hättest du sonst so vielleicht? Ich hätte auch ein oder zwei gesagt. Ja, okay. So habe ich ja nochmal verkürzt. Das ist doch schön. 10 zu 11. Somit ist Lisa weiterhin die Frenzkönigin. Nee, wieder. Wieder, ja. Ja. Aber im Herzen bist du sowieso immer. Ja, das auf jeden Fall. Es war unser dritter Teil vom Friends. Ich habe es mega abgefeiert. Ich finde es super. Und Friends hat ja weiterhin viele, viele Fans. Wird von vielen gerne immer wieder geguckt. Ja. Von alten und auch von neuen Fans. Ist ja nicht deine Zeit eigentlich. Nee, gar nicht. Und du hast die Serie dann für dich entdeckt. Also das zeigt. Aber hätte ich mit den acht Staffeln bei der normalen Serie wenigstens recht gehabt. Nee, 10. Ja. Also, noch ein Punkt für mich. Es war schön. Es war schön. Ach, Menno. Wer hätte gedacht, dass Chandler der Erste ist, der stirbt. Ach so. Weißt du, was ich gedacht habe? Also, sorry, dass ich jetzt nicht wieder Chandler da... Kein Problem. Kein Problem. Ich habe 2002 als Ende der Produktionszeit gesetzt. Das Ende der Produktionszeit war 2004. Und ab 94 hast du gerechnet. 10 Staffeln, 10 Jahre, 94 bis 2004. Mhm. Ja, daher kam mein Problem, ja. Okay, deswegen acht Staffeln, zwei Jahre vorher. Wir schulen noch ein bisschen zurück. Ja, ja. Nies hat gewonnen. Yay, du warst besser. Wunderbar. 11 zu 10. Wir freuen uns sehr. Und ja, du hast noch ausführen wollen. Wer hätte gedacht? Ja, dass das... Wenn man... Ich meine, man hat eh nie drüber nachgedacht, wer aus dem Kas mal als erstes sterben könnte. Was hättet ihr denn gedacht, wer, wenn man drüber nachdenken müsste, wenn diese Frage... Aber wenn man drüber nachdenken müsste... Weil das ja leider... Er war ja leider schon... Also, nicht schicksalsreiches Leben, aber sehr vorbelastet. Ich glaube, ich habe gelesen jetzt im Zusammenhang mit seinem Tod, irgendwie 168 Entzüge. Millionen ausgegeben auch. Also, mehrere Millionen für diese Entzüge ausgegeben, aber nie erfolgreich gewesen. Das ist schon krass. Also, immer nur kurze Phasen und das ist schon tragisch und... Dabei hat er alles gehabt, ne? Man denkt immer, es ist auch nicht immer so, dass man Drogen nimmt, wenn es einem schlecht geht, sondern oft auch, wenn es einem zu gut geht. Und das... Ja, und das ist ja dann schon so ein Stück weit... Also, dieses... So eine Suchterkrankung ist ja dann immer... Also, beginnt oftmals... Ja, aus so einer... Ja, punktuellen Realitätsflucht. Aber irgendwann konstruierst du dir halt, glaube ich, deine eigene Realität mit den Drogen und brauchst sie halt immer wieder. Ob das jetzt Alkohol ist oder Schmerzmittel oder was auch immer. Die Kombination, da brauchst du halt deine ganz eigene Parallelwelt. Und das ist, glaube ich, sehr schwer, da wieder von loszukommen. Und dazu kommen natürlich noch die ganzen Opioide in den USA, die da so zu bekommen sind. Und das sind harte Drogen. Das ist ganz krass. Das ist das Schlimmste. Das ist ja quasi Heroin, wenn man es genau nimmt. Also, das ist unglaublich, was da... Was die Pharmaindustrie mit diesem Land macht. Also, es ist ja auch in gewisser Weise eine Schwächung des Landes. Ja, man sieht ja auch jetzt wieder, was da für neue Drogen auf dem Vormarsch sind. Und ich weiß nicht, wie diese Droge heißt. Aber da gab es doch so kursierten irgendwie in den Nachrichten ganz, ganz... Schlimme Bilder. Verschwörende Bilder aus den USA. Also, es ist echt... Die dann die Haut so, wenn man irgendwas sagt, da gibt es ganz schlimme... Oh, ganz schlimme Sachen. Aber man geht zum Arzt und man kommt mit dem Opioid nach Hause. Das ist Wahnsinn. Ich finde das Wahnsinn. Und das ist jahrelang... Ich meine, jetzt ist so ein bisschen die Öffentlichkeit da informiert. Aber das wurde so lange gemacht. Da wurden so viele normale Menschen in die Abhängigkeit getrieben. Und das ist echt eine absolute Schweinerei. Geld verdienen, Geld verdienen, Geld verdienen. Ne? Hier, America. So sieht es nämlich aus, ey. Meine Fresse, ey. Na ja. Mensch. So ernsthaft. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Freunde. Gute Freunde. Kann niemand trennen. Oder? Ja. Ach, wegen Friends. Ja. Du musst Hallo sagen. Da ist der Groschen gefallen. Hallo, hallo, hallo bei unserem dritten Friends-Quiz. Warum grinst du schon wieder? Das ist euphorisch. Du bist so uneuphorisch. Hallo, hallo, hallo zu unserem dritten Friends-Quiz. Das war ja schon ASMR. Hallo, hallo. Herzlich willkommen bei Friends-Quiz Teil 3. Jetzt wird's albern. Also, ich begrüße nochmal ordentlich. und darüber natürlich ist es t炙 hochk God dog da. Ich bin sicher woah für anfangenali endings. Ja. Bis dann vapor, denn da bin ich jetzt relatить. Dein spilled unsettling. Du bist dann auf einmal closure. Das ist alles ab Precis alkal.